Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ein guter Moslem sein. Monat, ich denke, es wäre gut für dich, für eine Weile aus Deutschland rauszukommen. Und ein anderes Leben kennenlernen. Unter muslimischen Glaubensbrüdern. Ich hab gehört, du willst nach Pakistan. Ich muss doch mehr über unseren Glauben lernen. Ich kann doch meiner Frau nicht so unter die Augen treten. Etwas Dummes hab ich noch nie gehört. Bin ich eben dumm. Get in there. Stay down. I work for the American government. I'm here because of you. But it's very important that you tell me the truth. I'm telling you the truth. I cannot confess. You're a stubborn, dumb child. I'm done because I'm not a terrorist. This is not a game. Not for you. I'm thirsty. What about this guy? He's my friend. He's a scout. He looks for young fuck-ups like you. And he brainwashes you. You're a lot faster. How's it going? I want to put him on the first plane back to Berlin. Yeah, well, we can't. Even if we wanted to. Today, you will learn what the rules are. The rules are, no pets allowed. Kill it and bring it to be. You look a little rough around the edges. How many days? How many days? If nothing on me. Not even one piece of evidence. Bye-bye. 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 Bye-bye.